Das ist ein Wohnwagen von Detlefs, Bedouin, Skandinavia. Er hat etwas ganz Besonderes, er hat eine Alde an Bord, er hat eine Frontküche, so viel kann ich euch schon mal sagen. Er ist unglaublich platzsparend, weil er im Vergleich zu vielen anderen Wohnwagen ganz andere Winkel hat. Also das ist vielleicht auch noch mal zu beachten. Das heißt, die Räume werden extrem gut ausgenutzt und das Starke ist auf Wunsch sogar mit einem Abwassertank im Wohnwagen drin. Hier ist Sabine, stimmt das? Ja, hallo, fast, fast. Der Bedouin, Skandinavia ist ein Winterfahrzeug von uns, wo man halt das ganze Jahr nutzen kann. Unter anderem gibt es auch ein Paket, wo der Abwassertank unter dem Fahrzeug verbaut ist, so wie beim Wohnmobil. Stell dir mal kurz vor, Sabine. Ich bin die Sabine Keck von der Firma Detlefs. Ja, 21. April, das ist eine echte Neuigkeit, die wir hier haben. Die Aufbautür. Breiter geht doch gar nicht mehr, Sabine, oder? Nein, der hat also eine 70 Zentimeter breite Türe, so wie bei unseren Wohnmobilen auch. Haben wir auch nur beim Bedouin diese breite Türen, die anderen Wohnwagen haben die schmale Türe mit 60 Zentimeter. Was ein schönes Design-Element ist, aber auch eine praktische Wirkung hat, ist natürlich hier dieser Astabweiser, der oben drauf ist. Kann man den auch belasten? Du meinst das Dach-Rehling. Du meinst das Dach-Rehling. Ja, genau. Also es gibt von uns nichts, wo man drauf machen kann, dass man was beladen könnte, aber es gibt Querstreben, wo der Händler verbauen könnte, wenn man jetzt noch ein Softbrett oder irgendwas mitnehmen möchte. Sieht aber unglaublich schick aus, oder? Ja, es ist ein Style-Paket, was der Name ja auch schon sagt. Es ist einfach eine optische Sache, wo das Fahrzeug einfach schöner macht. Wenn man da jetzt eine Markise dazu bestellen würde, dann würde die Markise zwischen diesem Dach-Rehling sitzen. Dort wird das Dach-Rehling dann ausgeschnitten, dass nur die Ohren dran sind und die Markise sitzt in dem Rehling drin. Also richtig schick. Richtig schick, genau. So ist das ja. Und das Coole hier bei dem Fahrzeug, das ist so wintertauglich, dass ihr wirklich sagen könnt, hier mit dem kann es in den Skiurlaub gehen, oder? Richtig, der hat im Serienumfang schon eine Aldi-Warnwasserheizung verbaut. Geht denn auch hier ein Rohr dadurch, weil ich sehe, der Boden ist recht flach. Der ist auch erwärmend, oder? Ja, richtig. Diese Rohre von der Aldi-Warnwasserheizung sind dann in die Bodenplatte mit eingepresst. Und das ist mein Lieblingsgrundriss. Die Küche direkt am Eingang. Dazu werden wir gleich mal kommen. Denn das ist schon ein Grundriss, der einen Wow-Effekt auslöst, weil die meisten Küchen ja dann doch an der Seite sind, nicht vorne oder irgendwo dran. Der Platz ist unglaublich toll ausgenutzt. Bei Wohnwagen kann man so viel falsch machen, wenn man sich für den falschen Grundriss entscheidet. Das stimmt, ja. Aber bei dem kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man hat wirklich eine tolle Bugküche, man hat ein tolles Heckbad, der hat Einzelbetten, der hat eine schöne Rundsitzgruppe. Also, wie gesagt, alles, was man für Wintercamping auch braucht. Was ich immer schön finde, optional hier die Klappe? Also eine ist immer serienmäßig und eine ist optional. Also sprich, das Fahrzeug hat Einzelbetten. Hat Einzelbetten? Genau, das ist jetzt ein Fahrzeug, das Einzelbetten hat. Das wäre jetzt halt der Stauraum unterm Bett. Ah, hier sieht man auch das Doppelbodenkonzept, was hier nochmal da ist. Genau, da laufen unten halt Leitungen, dass das alles geschützt ist. Das ist alles unterlüftet. Das heißt, durch die Fußbodenheizung hast du quasi auch keine Staunässe. Dein Tipp ist allerdings, auch im Winter ruhig durchlaufen lassen. Ja, durchlaufen lassen und trotzdem immer lüften, weil man hat ja auch trotzdem im Winter, auch wenn man ein gutes Heizungssystem hat, hat man ja trotzdem Feuchtigkeit im Fahrzeug. Also trotzdem einfach mal die Fenster aufmachen, dass es durchlüften kann. So, ihr habt hier, ich sag mal, seid an ein Thema angegangen, was immer mehr kommt, ist das Thema Wintercamping. Oder Fahrzeuge zu haben, deren Gasverbrauch sehr gering ist, weil durch diese, ich sag mal, massive Isolierung hast du natürlich auch weniger Gasverbrauch, oder? Richtig, also wie gesagt, wir haben ziemlich dicke Seitenwände. Wir bieten XPS-Isolierung an. Das ist einfach ein festgepressterer Stoff, der einfach kälte- und warmedämmender ist. So, und das Fahrzeug ist sehr kompakt. Aufbaubreite, was haben wir hier? Ja, das ist jetzt ein Fahrzeug mit 2,30 Meter Breite. Jetzt sieht man auch gerade ganz schön unsere neue Heckwand, sag ich jetzt einmal. Heckleuchtenträger mit großem Dachreling, das ist eben dieses Style-Paket. Wenn man dieses Style-Paket jetzt nicht hätte, dann wären die Ohren hier oben nicht dran, dann würde das nur bis hierher gehen. Ich zeige es mal, da vorne sieht man es, glaube ich, bei dem Wohnmobil, da ist es dann nackt, oder? Genau, richtig. Der hat jetzt nur die Stoßstange dran, der hat kein Dachreling und keinen hohen Heckleuchtenträger. Ihr baut, ich sage mal, Wohnwagen und Wohnmobile, aber ihr baut Wohnwagen schon länger als Wohnmobile, gell? Ja, wir sind der Erfinder des Wohnwagens. Der Aris Detlefs hat das erste Wohnauto gebaut. Ja, selbst die Profis benutzen sehr stark Detlefs, muss man sagen. Es gibt ja so drei Marken, die sehr bekannt sind. Detlefs gehört mit dazu, weil ihr wirklich Fahrzeuge baut, die man auch das ganze Jahr benutzen darf. Ich frage mich so nicht. Ja, man kann natürlich jedes Fahrzeug das ganze Jahr benutzen. Allerdings muss man einfach aufpassen bei Wintercamping mit dem Wasser, dass einem das Wasser nicht einfriert. Da gibt es auch im Zubehör spezielle Leitungen, die beheizt sind, die Zuleitungen. Aber auch da, selbst die Profis, also ich habe mal für den Zirkus zusammengearbeitet, denen sind auch die Leitungen auch schon mal eingefroren. Es ist wirklich wichtig, dass man das Fahrzeug wirklich immer beheizen tut im Winter. Auch wenn es heiß ist, es ist ein winterfestes Fahrzeug, muss das Fahrzeug trotzdem beheizt werden. Schon wie zu Hause, auch wenn ich jetzt ein Haus über den Winter nicht heize, frieren mir auch die Leitungen ein. Guckt mal hier unten, Big Fuzz. Big Fuzz, genau. Fahrzeug wird auch hier gebaut in Isni? Wird auch in Isni gebaut, richtig. Ich sage immer Fahrzeug, weil das Ganze hat ja keinen Antrieb. Vorteil Wohnwagen ist natürlich, die Kosten sind erheblich geringer als beim Wohnmobil. Ja, natürlich, ein Wohnwagen kostet jetzt von der Versicherung her nicht so viel wie ein Wohnmobil, weil ein Wohnmobil Motorisierung hat. Wohnwagen und Wohnmobil sind zwei Urlaubsformen. Mit dem Wohnwagen stehe ich halt eher auf einem Campingplatz und mache Festurlaub. Mit dem Wohnmobil reise ich dann eher. Das Dach ist GFK, ist das Serie? Das Dach ist GFK. Seit 2014 verbauen wir GFK-Dächer. Mit großer Freude, denn auch hier ist ja das Thema, wenn es dann mal zum Schaden kommt, der kann übrigens auch seitlich kommen, denn die Seitenwände sind aus Alu, die da sind. Aber das hat den Riesenvorteil, Alu, dass die Ausdehnungskoeffizienten natürlich so sind, dass sie diese Hitzeunterschiede auch viel besser abkönnen. Da ist GFK sehr steif und Alu dehnt sich mit aus. Das ist der Vorteil, was viele nicht wissen. Die sagen, hey, ich brauche GFK-Seitenwände, das hat nicht nur Vorteile. Ja, das stimmt. Bei dem Fahrzeug sehen wir jetzt auch, dass es Rahmenfenster hat. Die Rahmenfenster sind natürlich auch super für Wintercamping, sind einfach besser isoliert. Und flach. Flach, einbruchsicherer. Jetzt beim Wohnmobil sagt man oft geräuscharmer, was beim Wohnwagen jetzt keine Rolle spielt, weil im Wohnwagen darf ich mich ja nicht aufhalten während der Fahrt. Kann man da sagen, dass, ich sage mal, ihr gegenseitig gelernt habt, Wohnmobil und Wohnwagen, so dass ihr das Beste von allen kombiniert? Sicherlich, natürlich, dass man vom Wohnwagen viele Sachen ins Wohnmobil mit aufnimmt oder umgekehrt. Das sieht man dann mit den Jahren, was sich einfach auch bewährt. Wenn ich jetzt die alte Technik gerne hätte, das heißt das gute alte Hammerschlagblech, gibt es das noch auf Wunsch? Ja, das bekommst du. Normalerweise ist Hammerschlag Serie und Glattblech ist optional. Außer wir haben Sonderserien, wo es dann oft so ist, dass sie Glattblech haben. Aber eigentlich Hammerschlag ist noch Serie. So, jetzt auch hier ein Thema, ist natürlich viele stehen fest. Citywasseranschluss geht? Ja, geht. Es gibt ein Duschpaket, da ist auch ein Citywasseranschluss dabei, der unter dem Fahrzeug sitzt. Jetzt habe ich hier eine Achse, das macht, glaube ich, bei der Länge noch Sinn. Gar kein Thema. Lässt sich gut fahren, das Fahrzeug? Lässt sich gut fahren, durch das, dass er nur 2,30 Meter breit ist. Also ich sage jetzt mal, in dieser Länge sind die meisten Fahrzeuge schon 2,50 Meter breit. Wir haben jetzt dieses Jahr drei neue Grundrisse auf den Markt gebracht, die 5,50 Meter Serie, wo nur 2,30 Meter breit ist. Das ist ein Wunsch vieler Menschen, die sagen, ich will kein zu breites Fahrzeug, aus der Erfahrung so ein bisschen. Mein Fahren kann man die alle. Ja, wir hatten den Wunsch der Kunden auch, die gesagt haben, Mensch, den Beduin, ihr habt den nur in 2,50 Meter breite. Wir hätten auch gern so ein Fahrzeug mit dem Interieur. Und dann hat man gesagt, okay, macht man drei neue Grundrisse mit 2,30 Meter breite. Ja, einen Kompressorkühlschrank gibt es hier nicht, AES, wie ich sehe. Denn das macht Sinn, wenn man länger steht, ist das eine sehr, sehr autarke Möglichkeit, wo ich mit wenig Strom auch auskomme. Also Kompressorkühlschränke verbauen wir eigentlich bei den Wohnwagen gar nicht. Das nochmal dazu, denn Alde, das ist was ganz Besonderes, kennt man ja aus Skandinavien. In Schweden werden ja die meisten Wohnwagen mit Alde gebaut, da kommt sie auch her, die Alde. Eine sehr zuverlässige Heizung. Ja, es ist ein sehr gutes Heizungssystem, wo auch keine trockene Luft macht. Ich kann sie wirklich so einstellen, dass sie mir die Heizung so temperiert, wie mein Wunsch ist, sage ich jetzt einmal. Sie macht keine trockene Luft, tut keinen Staub aufwirbeln. Gerade viele Camper haben ja auch Tiere dabei, wenn die auf dem Boden liegen, dann tut es die Hundehaare aufwirbeln. Das macht die Alde-Warn-Wasserheizung alles nicht. So, denn die Hitze, so sage ich es immer, kommt von den Seitenwänden und vom Boden und nicht von der Mitte des Fahrzeuges. Und wir zeigen mal gerade eine Besonderheit, ihr habt eine Kederleiste auf beiden Seiten, ist die Serie? Die Serie, ja. Kann ich zur Verstärkung solche Querstreben noch ordern? Gibt es sowas bei euch, dass ich also hier so praktisch leisten, so Rahmschutzleisten ordern kann? Ne, haben wir nicht. Aber der Händler sicherlich, beim Händler kriegt man sonst das, was wir nicht anbieten, kann man beim Händler alles bestellen. Mal eine Frage, ihr habt ja, ich glaube, rund 94 Händler im Dachgebiet. Haben die alle Wohnwagen oder gibt es auch Händler, die nur Wohnmobile haben? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Händler, die verkaufen nur Wohnmobile. Es gibt Händler, die haben beides Wohnwagen und Wohnmobile. Oder auch Händler, die nur Wohnwagen verkaufen. So, und das ist jetzt ein toller Grundriss. Hier gucken wir gerade vorne rein, Alko-Chassis, der Klassiker mit ATC, auch das Serie? Ja, ne, das ist ein Sicherheitspaket, das wir anbieten, wo dieses ATC drin ist. Also wir legen sehr viel Wert auf Sicherheit für unsere Kunden. Das ist ein Bremssystem, wenn man fährt und das Fahrzeug würde sich aufschaukeln, wenn ich jetzt gerade über eine Brücke fahre oder zu schnell fahre, ein LKW überhole und das Fahrzeug sich aufschaukeln würde, merkt er das und fängt sofort an, sich von selber aus zu bremsen und kommt wieder in die Spur. So, made in Germany, das Ganze mit Alderheizung. Bin mal sehr gespannt. Der ist jetzt noch zu, du hast einen Schlüssel dabei? Guck mal gerade, sie holt den mal gerade. Ich mache mal gerade ein paar Außenaufnahmen, weil besonders gut, liebe Sabine, gefällt mir hier die Fensterfront, denn die lässt auf einige schließen. Bin auch mal gespannt, ob man das obere Fenster öffnen kann. Ja, kann man öffnen, sehe ich jetzt gerade, was mit dabei ist. Und hier, wir haben auch eben schon mal kurz reingeguckt. Eigentlich ist das ganz interessant, weil wir eben den Alper gezeigt haben, den Grand Alper, der hier steht. Das ist jetzt ein Wohnmobil mit einem Wohnwagengrundriss. Und hier haben wir jetzt eigentlich einen Wohnwagen mit einem Wohnmobilgrundriss, mit Längsbetten. Du würdest auch sagen, wenn ich jetzt nicht mehr so gut zu Fuß bin, ist der Recht angenehm zu benutzen, weil du kannst dich einfach reinfallen lassen. Du musst nicht wie beim Wohnmobil hochklettern, oder? Ja, das stimmt. Ich habe also wirklich Betten auf Höhe wie zu Hause. Ach, eine Duocontroll? Da ist eine Duocontroll drin, genau. Empfehle ich auch immer den Kunden, eine Duocontroll zu verbauen, weil wenn die Gasflasche leer geht, dann meistens nachts. Die schaltet automatisch um. Oder was jetzt auch ganz toll ist, ist ein Fahrzeug für Wintercamping. Ich kann wirklich, wenn ich daheim losfahre, kann ich die Heizung einschalten, komme am Urlaubsort an und habe ein warmes Fahrzeug. Ziemlich cool auch. Ich dachte, es wäre jetzt weniger Platz drin, weil ich habe es eben schon gesagt, der Winkel ist ja sehr steil hier an der Stelle, wo die Küche gebaut ist. Im Vergleich zu vielen anderen. Nein, es passen zwei 11-Kilo-Gasflaschen rein. Man hätte Platz für ein Ersatzrad, wenn man sowas mitführen möchte. Man hat die Keile noch drin, einen Abwassertank. Wenn ich nicht das Winterpaket anwähle mit dem verbauten Abwassertank, habe ich einen Räubern-Abwassertank noch. Und der hat auch seinen Platz, wie ich sehe. Genau, der wird aufgehängt, richtig. Gefällt mir, Triffelblech. Mit Ersatzrad, so muss man halt auch aufpassen mit der Stützlast, dass das dann auch alles passt. So, hier ist es jetzt montiert. Kann man Fahrradträger? Ein Fahrradträger geht bei dem für zwei Fahrräder, was halt auch toll ist mit unserer Klappe, dass die nicht nach oben hoch geht, sondern seitlich. Also geht das auch ganz gut dem Fahrradträger, dass ich die trotzdem aufmachen kann. Und dass die Fahrräder runter machen. So, also auf würde man es bekommen, was aber gar nicht so schlimm ist, denn ich kann mit der Alde auch mit Strom heizen, was ja viele Wintercampingplätze anbieten. Richtig, also die Alde Warmwasserheizung, das sage ich aber dann auch mal. Dass man das richtige Winterpaket dann noch mitordert, wo... Oh, Glück gehabt. Die Finger waren noch drin. Man muss sagen, wenn ihr was baut, das habe ich eben schon gemerkt bei dem Alpa, mit der Treppe, weißt du noch, dann baut ihr es richtig, oder? Ja, richtig. Also man hat es gerade gesehen, dass es sehr massiv ist. Zeig nochmal. Also sie hat schon Zug. Ich habe, es wäre... Weil es soll ja auch nichts kleppern. Liebe Kinder, macht das nicht, was ich gerade gemacht habe. Warum hat man hier den Griff extra, wo man das schön runterladen kann. Ach, dafür ist der Griff. Dass sowas natürlich nicht passiert. Bei Wintercamping soll ich immer wirklich das Winterpaket dann noch anwählen, wo die Alde Warmwasser, die Fußbodenerwärmung nicht elektrisch ist, sondern über die Alde Warmwasserheizung geht. Ein extra, oder? Das ist ein extra, genau. Hat aber den Vorteil, bei den Wintercampingplätzen ist oft der Strom sehr teuer, dann kann ich die Alde Warmwasserheizung über Gas laufen lassen. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Also ich sage mal, Möglichkeiten zu heizen gibt es ja viele, aber Alde bietet die wichtigsten schon mal mit drin. Ich kann Gas laufen lassen. Sag mal, einen Gastrank hat noch niemand verlangt bei so einem Fahrzeug, oder? Beim Wohnwagen jetzt noch nicht. Beim Wohnmobil eher schon, aber das verbauen wir gar nicht. So, also dort bitte zum Händler gehen. Genau, da gibt es Spezialisten, die sich darauf spezialisiert haben, sowas zu verbauen. So, dann sieht man hier vorne Aufbautür mit Mülleimer mit drin, Fenster mit drin. Genau, Mülleimer. Da muss man aufpassen, wenn man die Fliegengittertüre zumacht. Die muss unbedingt auf sein, wenn ich die Türe zumache, weil sonst klemmt sich dieser Abfalleimer in die Fliegengittertüre. Hier habe ich noch Verdunklung, aber ich kann rausschauen, aber ich kann auch zumachen, wenn ich abends im Fahrzeug sitze. So, dann gehen wir mal rein. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, man braucht eine kleine Stufe, bräuchte man schon, oder? Das heißt, so eine Trittstufe. Es ist immer so ein Tritthocker dabei, genau. Das sind jetzt natürlich von unserer Ausstellung. Die Trittstufen, die sind nicht dabei. Was ist die nicht dabei? Die ist nicht dabei. Ich habe gedacht, ich bekäme jetzt so eine Trittstufe. Die wäre zu schwer. Die wäre zu schwer. Fliegenschutzgitter-Serie? Serie, ja. Bitte mach mal zu. Kurz mal schauen. So, die habe ich mir nämlich bei meinem extra nachrüsten lassen, bei meinem Wohnwagen, aber hier schon mit drin. So, jetzt mal bitte öffnen. Jetzt kommt die Besonderheit, denn eine Frontküche, das ist das, wovon viele träumen. Und der Platz hier ist so genial benutzt. Du hast also ein Dreiraumkonzept. Küche, Wohnzimmer, nee, fast vier, oder? Vier, ja, mit dem Heckbad. Der hat nämlich ein Heckbad auch noch. Die Küche ist sehr toll, weil die auch diese Fensterfront drin hat. Also da macht es dann auch wirklich Spaß zu kochen, weil man wirklich Platz hat. Dann auch viele Schwenke mit dabei. Gut, es ist ein Wohnwagen. Also wenn man aus dem Wohnmobil kommt und ein Wohnwagen, da wird man sehr oft neidisch. Denn ich habe ja keinen Motor, kein Fahrzeug, was ich hier verwenden muss. Deswegen haben selbst einfache Wohnwagen mit, ich sage mal, vergleichsweise günstigen Anschaffungskosten einen Riesenplatz. Ja, bei dem ist zum Beispiel auch in der Küche ein Backofen mit verbaut, was auch Serie ist. Also ein kompletter Block mit Hort und Backofen. Angefangen hat man das eigentlich für den skandinavischen Markt, weil die legen da sehr viel Wert drauf. Obwohl ich jetzt mittlerweile festgestellt habe, unsere deutschen Kunden auch. Es ist eine feine Sache. Wenn du den mal gerade aufmachst, er wirkt so wie bei der Oma früher, so ganz massiv. Aber es ist trotzdem Leichtbau, oder? Ja, es ist Leichtbau. Also du kannst richtig backen drin, ja? Du kannst richtig backen, ja, genau. Die Kuchenform ist schon dabei. So, dann oben mal öffnen. Und auch da habe ich ein Gasset wie zu Hause? Genau. Also ich habe halt drei Flammen daheim, aber meistens vier. Aber ich denke, drei sind im Urlaub ausreichend. Er wirkt auch richtig schön. Die Integration, ihr habt das helle Holz reingemacht. Der Fußboden ist wählbar. Habt ihr mehrere Farben? Nein, wir haben eine, also pro Baureihe eine Farbe von PVC-Boden. Holzfarben, gibt es da verschiedene? Auch nicht, nein. Also das ist, wie ich ihn hier sehe? Genau, wir haben sehr viele Baureihen. Ich denke, da ist für jeden Wunsch was dabei. Jetzt habe ich es verstanden. Pro Baureihe ist das Design anders? Genau, richtig. Das Interieur ist in jeder Baureihe anders. Das sagtest du eben, dass sie das Design, das Innendesign haben wollten mit 2,30 m. Und den gab es nur in Breit, richtig? Genau. Jetzt habe ich es. Den Beduinen haben wir fünf Grundrisse gehabt mit 2,50 m Breite. Und dieses Jahr sind diese drei Grundrisse dazugekommen mit 2,30 m Breite. Also nur, dass ich das System verstehe, pro Baureihe ist das ein Design, was sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre immer wieder mal ändert, oder? Genau, richtig. Stell dich mal da, da mal bitte rein in die Ecke. Du bist ja jetzt kein Riesengefährt, sondern bist ein Meter, was bist du? 1,68 m Breite. 1,68 m Breite. Gerade wenn ich jetzt am Kochen bin, dann kann aber wirklich der Dampf ein bisschen ab. Warte, ich zeige dich mal komplett, dass wir dich mal gerade sehen. So eine Küche ist natürlich genial, weil du auch mal hier zum Beispiel Nudeln oder Reis kochen könntest als Sättigungsbeilage. Draußen wird gegrillt. Genau. Was ich auch habe, was auch ganz toll ist, ich habe wirklich ein Fliegengitter bei dem noch und auch noch eine Verdunklung. Du kannst es aufstehen lassen, auch nachts dann? Ja, man muss natürlich aufpassen, wenn es regnet, dann sollte ich es natürlich zumachen. Aber ich könnte es schon auflassen, mache halt das Fliegengitter zu und kann hoffentlich das Fenster auflassen. So, ihr habt überall so brushed Aluminium. Das sieht auch sehr schick aus. Klar, in 10, 15 Jahren ist alles wieder alt, aber das hier ist ja state of the art. Also wenn du dir die Wohnwagen vom Baujahr 2012 anguckst, die ja früher high-end waren vom Design her. Das heißt, ihr richtet euch ja sehr stark auch an der Möbelindustrie, oder? Ja, macht sehr viel aus, dass man sich an die Möbelindustrie anlehnt, sage ich jetzt einmal. Das passt eigentlich dann immer. Und in 15 Jahren gibt es halt dann einen neuen. Oder man hat ihn so lieb geworden, man behält ihn. Man behält ihn, kann er selber nochmal ein bisschen. Gebaut sind ja für viel länger. Das heißt, die Detlefs-Wohnwagen teilweise siehst du ja hier aus den 70ern, 80ern, 90ern. Genau, wenn man auf der Straße schaut, fahren schon sehr viele Detlefs rum, ja. Grau, ich zeige mal gerade weiße Fronten. Ein ganz helles Holz hier in den Griffen. Da hat aber einer richtig aufgepasst, oder? Ja, das stimmt. Macht es auch modern. Ich sage ein bisschen, auch ein bisschen Allgäu-Style. Skandinavisch so ein bisschen, würde man sagen, also so ein bisschen Skihütten-Look, so der da ist. Allgäu-Skandinavien kann man ja schon miteinander vergleichen. Der Markt ist ja nicht, ich sage mal, unbedeutend in Skandinavien. Da sind ja viele Campingplätze, da kriegst du überall Wasser und Strom und ein ganz anderes System wie hier, oder? Ja, und wie gesagt, die sind halt viele auf Wintercamping ausgelegt in Skandinavien. Bei uns ist ja dann doch oft, dass wir Kunden haben, die nur Sommerurlaub machen, aber das Wintercamping kommt immer mehr. Ja, die Campingplätze rüsten auch auf. Was auch toll ist, dass der im Sommer auch gut isoliert. Also das merkst du, die dicke Isolierung. Genau. Brauchst du dann die etwas kleinere Klimaanlage hier, die langt denn schon. Du brauchst da keine Riesen-Klimaanlage, weil der einfach besser isoliert ist. Genau, normale Klimaanlage, wie gesagt. Wenn man gute Isolierung in der Seitenwende hat, ist halt wirklich auch kälte und wärmedämmend. So, Filz an der Seite. Ist das Filz, oder ist das nur Filzoptik? Es ist Filzoptik. Es ist eigentlich mehr so ein... Es sieht aus wie Filz, aber man kann es reinigen. Man kann es reinigen, man kann drüber fahren, ja. Boah, ist das schick. Und hier vorne die Steckdosen, hier unten, da würde ich jetzt auch die Kaffeemaschine hinmachen, oder... Man hat echt Platz für die Kaffeemaschine, man hat oben Ablagefläche, man hat auch, ich sage jetzt mal, auf dem Fenster sind, hinter der Arbeitsplatte habe ich auch nochmal Stellfläche, also man hat sehr viel Stellfläche. Man kann sich richtig viel abstellen, das heißt, wenn du mal ein paar Wochen unterwegs bist. Viele haben die ja feststehen in Spanien, lassen die ziehen. Das sind wirklich auch Fahrzeuge, wo oft auf Dauerplätze, ganz Jahresstellplätzen stehen. Ja, jetzt hast du mir das Leben echt schwer gemacht, weil so als Wohnmobilfan sollte man zumindest mal Wohnwagen gesehen haben, da ist die Alte. Hier ist Platz und da unten sitzt die Alte Warmwasserheizung, ich komme auch von draußen, ist nochmal eine Klappe, wo ich ja wirklich an die Alte Warmwasserheizung hinkomme. So, und jetzt das Allerwichtigste, guck mal hier, du hast kleine Schränkchen mit drin, die finde ich so toll für Gewürze. Also hier sind mal noch Schubladen, hier haben wir einen Apothekerschrank. Oh, wie goldig. Guck mal da, der ist von außen so gemacht, als wären sie einzelne Schubladen. Ja, nee, das ist ein Apothekerschrank. Daneben? Da haben wir nochmal einen großen Schrank. Da kannst du Jacken reinhängen, wenn du willst. Man könnte jetzt, wir könnten als Kleiderschrank nützen, ja. Wie man will. Oder man tut wirklich Sachen für die Küche rein, je nachdem. Wenn man viel kocht, brauche ich natürlich auch viel Staufläche. So, ganz reduziert hier. Du hast das alte Display. Autarkie ist möglich hier bei dem? Ja, Elektrikpaket, also Batterie verbaut, dass ich bloß noch einen Mover verbauen muss. Oder eben dann, ja, wie gesagt, alles, was man mit einer Batterie halt im Fahrzeug so machen kann. Mover ab Werk geht? Bei dieser Serie nicht, weil der schon so viel im Serienumfang hat. Das ist so schwer, oder? Nee, das nicht, aber es wäre zu aufwendig bei uns in der Produktion dann auch noch mit Mover zu verbauen. Achso, der hat eine gewisse Taktzeit, die er da bleiben darf. Genau, wir verbauen ein Elektrikpaket zwar bei ihm, aber der Mover muss über den Händler verbaut werden. Komm, wir setzen uns mal rein. Du gehst mal bitte in die Ecke, dass wir mal sehen, mit dem alten Spruch. Also der ist nicht fest, also ich kann ihn wirklich auch ein bisschen verschieben. Ist das hier eine... Ich kann ihn auch wirklich... Ein Bett wird aber nicht gebaut hier. Doch, das geht bei dem. Bei dem geht das Bett jetzt nicht, nein. Das wäre zu schmal. Option. Genau, also bei vielen gibt es die Optionen im Bettenumbau. Ich späte eben jetzt nicht. Sabine, das hier ist doch wie im Hotel. Jetzt mal ehrlich. Du hast eine Ebene durchgehend von vorn bis hinten. Das ist auch besonders. Dann hast du hier diese zwei Längsbetten, die wirklich wie Hotel sind, oder? Ja. Und auch breite Betten, also mit 80 oder 85 Zentimeter sogar breite, also wo man wirklich auch Platz hat in einem Einzelbett. Komm, wir gucken mal hier vorne das Sideboard an, denn das lädt ja schon ein richtig zum Verweilen. Das heißt, du sitzt hier, kannst dich entweder auf der Seite ein bisschen hinlümmeln, kannst du hier den Hocker... Was hast du hier noch, auch eine Verlängerung? Ein bisschen Hocker, genau, die könnte ich aber auch wegnehmen. Ja. Das ist nicht fest. Ah, ist abnehmbar. Okay. Ich kann es wirklich rausziehen. Ich schiebe sie gerade mal weg, also könnte es wirklich hier vortun, die Füße drauf tun. Ich kann auch was rein tun. Das ist genau so gemacht, dass eine Kiste Bier reinpasst. Echt? Ja. Also ich kann jetzt wirklich ins Päusch da rauf tun, kann ich die Füße drauf tun. Also falls ihr es nicht verstanden habt, es passt eine Kiste Bier rein, allgäuische. Aber was ist bei dir das Bier, Lieblingsbier? Was trinkst du gern? Ach, es gibt unterschiedliche Meckkatser, wir haben natürlich auch die Stolzbrauereien, ist nie. Also wir trinken schon regionales Bier. Viele kaufen, die gehen hin, nehmen sich einen Kasten und mischen, ist das bei euch auch so? Also ihr macht, äh, gemischtes Bier? Nein, nein, ihr geht hin, macht drei von denen rein, von dem Klasse. Aber nein, das mache ich nicht. Machst du nicht, du kaufst Sorten rein. Richtig. So, komm, wir zeigen mal. Was bei dem Sideboard auch noch ganz toll ist, gibt es eine Sonderausstattung, dass der Fernseh unten im Sideboard drin sitzt, da ist dann wie so ein Schlitz oben, wo ich aufmachen kann und dann kann ich den Fernseh hochfahren. Ach, wie beim O-Mobil, dass der, wenn man ihn nicht braucht, habe ich die Aussicht? Der ist versenkt, genau, der ist versenkt in dem Sideboard. Und wenn ich ihn brauche, kann ich dann praktisch diesen Schlitz aufmachen und dann kommt der Fernseh hoch. Ich komme ja gar nicht drüber weg, um diesen Hintergrund hier. Der sieht aus wie eine Filzoptik. Aber es ist kein Filz. Aber es sieht so modern aus. Ja. Das macht es halt auch gleich warm. Also wenn die mal leer sein sollte, die Flaschen, oder? Ist mir schon passiert. Die sollte ja schon voll sein. Die Gasflasche meine ich. So, da vorne. Ist hier vorne ein Schuhfach eigentlich, wie beim Wohnmobil? Nein. Was ist da drin? Technik? Wo bist du? Hier bist du. Ja. Stauraum. Stauraum? Genau. Ah, da könnte man dann doch die Schuhe reinmachen. Und da ist überall wie so ein doppelter Boden drin, ne? Damit es durchlüftet. Ja, genau. Da vorne ist die Fernsehvorbereitung. Hier oben hast du Schränke. Machen wir gerade einen auf. Kannst du mal reinschauen. Genau, das ist Wohnzimmerbereich überall. Stauraum. Ah, ziemlich tief. Also hat man auf jeden Fall Platz. So, und jetzt das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Bett. Schlafen will man ja wie zu Hause oder besser. Also ich habe hier ganz tolle, breite Betten. Ich habe vor allem wirklich auch mega Stauraum unter den Betten. Also über Wohnmobil, Leute, guckt jetzt weg. So etwas habt ihr im Wohnmobil nicht. Das heißt bei euch Heckgarage. Das ist beim Wohnwagen die Heckgarage, richtig. Da ist noch Elektrik. Das heißt, du kannst was laden, zum Beispiel E-Bike-Akkus unterm Bett oder so. Genau, richtig. Ich habe eine Steckdose auch drunter. Ich habe bei dir auf deiner Seite auf. Ja. So, da sitzt ein Frischwassertank mit 34 Liter. Gibt es optional aber auch einen 70 Liter Frischwassertank, wenn ich das möchte. Ich habe aber unter dem Fahrzeug noch einen City-Wasseranschluss, wo ich diesen Frischwassertank auch mal wieder füllen könnte. Hier kann ich eigentlich drin schlafen, hier unten. Man könnte fast eine Hundeklappe reinmachen, hier vorne. Also da am besten anrufen beim Händler, ob der sowas macht. Modifikationen habt ihr schon mal gesehen? Dass jemand sagt hier, ich brauche den Stauraum hier für eine Hundeklappe, hier drunter. Nee, habe ich jetzt nicht gehabt, aber könnte mir durchaus vorstellen. So, du hast Strom. Ein Heckbad ist natürlich das Nonplusultra für alle Wohnmobilleute. Es gibt ja Wohnmobilgrundrisse mit Heckbädern, habe ich auf der Messe gesehen, waren immer eng umzingelt. Der Vorteil ist, dass es da ist, wo es hingehört. Also nicht irgendwo in der Mitte, wo es dir die Blickachse komplett zerhaut. Genau, ja. Also wie gesagt, das ist ganz toll mit dem Heckbad. Es geht nicht im Weg rum. Ich habe richtig schöne Dusche im Wohnwagen, was es ja auch nicht überall gibt. Warte, ich film mal rein. Ach, die ist richtig groß. Ja, doch. Also da kann ich mir vorstellen, dass ein Kunde ja wirklich mal im Wohnwagen duschen tut. Es gibt ja wirklich welche, wo die Waschhäuser gar nicht nützen, auf der Campingplätze, wo wirklich alles in ihrem Fahrzeug machen möchten. Was auch hier toll ist, die Alderheizung. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel irgendwelche Sachen, die nass sind, vom Skifahren einfach aufhängen, hier trocknen lassen. Genau, richtig. Da ist ja oben ein Griff drin, normal, wo ich runterklappen kann. Da kannst du was machen. Und so einen Bügel, genau, wo ich dann auch was aufhängen kann. So, Citywasser kann man ja nicht so einfach nachrüsten, oder geht das? Und Citywasseranschluss nachzurüsten, doch, das ist schon möglich. Aber das halt ja, glaube ich, dann beim Händler. Ach, der Händler. Wenn du mal gerade reingehst, bitte. Da kannst du eine Tür, kannst du schließen? Ja, genau, deine Schiebetür, die ist jetzt oben fixiert. Warte, ich geh mal zurück. Sabine? Ja? Mach mal auf. Toll. Also die Tür, ich zeige euch nochmal diese Optik da. Das sieht aus, wenn ich es nicht wüsste, wie viel es ist, aber keins. Nee, also kann ich alles super abwaschen. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Sehr pflegeleicht, ja. Also lieber Wettbewerber, jetzt bist du ja, was ihr kopieren müsst. Das ist, nee, es ist sehr, sehr schick. Also vom Design her, es sieht ganz schick aus. Doch, ist es sehr tolles, gut gelungenes Fahrzeug. So, und da ist die Toilette. Ja, Beinfreiheit, darüber brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten, auf der Toilette. Ich habe also wirklich Platz, auch viel Stauraum. Großer Spiegel. Genau, großer Spiegel. Hier weiterer Spiegel. Das heißt, du kannst ja auch öffnen, wenn dich zum Beispiel mal rasierst, um mal zu gucken, wie sind die Seiten geworden. Genau. Alles push. Schönes Waschbecken, wo ich auch eine Ablagefläche habe, wo ich mal wirklich was hinstellen kann. Zahnputzbecher, Seifenspender, ja. Hattest du die schon lange, diese Spezialversion für Wintercamping? Ja, wir haben die alte Wasserheizung, haben wir ja schon länger, sag ich jetzt mal. Früher im Exklusiv, die Baureihe gibt es nicht mehr. Und der Vorgänger von diesem war Generation Skandinavia. Und dann hat man irgendwann, ist der Exklusiv entfallen und ist der Bedewin gekommen. Okay. Weil man halt einfach, ja, wie gesagt, neue Baureihen. Bedewin ist ein Name von Detlefs, den man auch schon öfter verwendet hat, einmal für eine Baureihe. Kenne ich nur von den Profis, von den Profiversionen Beduinen. Die fahren die viele. Kann das sein? Doppelachse? Ja, haben wir aber früher auch schon gehabt. Bedewin wie IP haben wir schon gehabt. Exklusiv. So, und das ist nochmal der Blick. Ich blicke mal gerade durch. Das war diese Blickachse von der Sprache. Wenn man gerade mal bei mir draufschaust aufs Display, wie weit das aussieht. Siehst du das? Ja. Das ist irre, oder? Du hast einen riesen Raum, oder? Ja. Es schaut nicht nur so auf deinem Display aus. Das Fahrzeug ist einfach schön groß. So, und dann die Schränke hier. Schau mal. Wenn du mir mal gerade einen öffnest, bitte. Das sind jetzt eben zwei Kleiderschränke, wo wir über dem Fußbereich hängen. Ach, ist das genial. Jeder hat seinen eigenen Kleider schon. Genau, richtig. Da sieht man so gerade wieder den Ausgleichsbehälter von der Aldi Warmwasserheizung. Also wer das nicht kennt, wer mal eine Aldi hatte, der will nichts mehr anderes. Das ist richtig toll. Genau, genau. Und es zeigt, dass wir gespart haben von der Flüssigkeit, wo drin ist, sondern der Behälter darf ich ganz voll sein, weil diese Flüssigkeit sich dann ausdehnt, wenn die Heizung einschaltet. Das heißt, wenn ich den stilllege, lasse ich das Wasser raus von der Fußbodenheizung, brauche ich das nicht rauslassen, oder? Nein, nein, das ist kein Wasser. Das ist, ich sage es mal so, wie Glyzantin, wo nicht einfrieren kann. Frostschutzmittel, oder? Genau. Also es ist ein eigener Kreislauf. Hat nichts mit dem Wasserkreislauf zu tun. Das gleiche auf der Seite. Machen wir bitte auf. Ah ja, viel Platz. Da ist jetzt keine Kleiderstange drin, aber gut, die könnte man sich sonst nachrüsten, wenn jetzt jeder wirklich seinen eigenen Kleiderstrang möchte mit Hänger. Auch hier das Lichtkonzept, sehr viel indirektes Licht habt ihr. So, Vollkorpus hinten. Genau. Und wirklich alles hinterlüftet, dass wirklich auch, dass sich kein Kondenswasser bildet. Also Tipp bei mir, ich habe immer gesagt bekommen, habe ich auch gemacht, im Wintermodus Wohnwagen auflassen. Das heißt also, alle Schränke öffnen. Dann sollte man, wenn der Wohnwagen eine Lüftung hat, die Lüftung anlassen, dass es also immer durchlüftet wird. Geht ja hier nicht. Das heißt, du würdest dann alle laufen lassen auf 6 Grad oder sowas? Ja, also wenn ich jetzt Wasser befüllt habe, ja. Aber wenn ich ihn jetzt im Winter abstelle und ihn nicht brauche, sollte man vielleicht einfach... Normalerweise bildet sich Feuchtigkeit ja überwiegend nur, wenn der Mensch mit drin ist, sage ich jetzt einmal, oder feuchte Klamotten. Und wenn das Fahrzeug jetzt irgendwo abgestellt wird, passiert normalerweise nichts. Also ich habe so ein Zeug, so ein Streu mal reingemacht, dass die Feuchtigkeit aussieht. So, du arbeitest hier bei der Firma Detlef seit 22 Jahren. Hast schon viele Wohnwagen mitbekommen, aber der Grundriss hier, der hat es auch, oder? Der Grundriss ist schon toll, ja. Also es ist schon klasse. Also das ist ein Fahrzeug, wo ich sage, da kann man sich ja wirklich das ganze Jahr drin aufhalten. Ist kein Familiengrundriss? Muss man direkt einen Zahn ziehen? Nein, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das ist jetzt eher ein Fahrzeug für zwei Personen. Plus, ja gut, hier könnte ja noch eine kleinere Person... Man könnte jetzt, ja, mit ein bisschen Basteln, der Tisch ist absenkbar, könnte man das jetzt für eine Person umbauen. Gut, aber das ist ganz klar. Deswegen gibt es ja verschiedene Grundrisse. Also ihr habt ja irre viele Grundrisse. Die Qual der Wahl, du hast ja auch schon viel beraten, ist gar nicht so einfach manchmal, oder? Nein, weil ich sage, die Bedürfnisse sind bei jedem Mensch anders. Wir haben sehr viele Kinderzimmergrundrisse, muss ich auch sagen. Ich denke, dass wir da schon sehr viele Stockbetten wagen. Ich denke schon, dass wir da Marktführer sind, was Kinderzimmergrundrisse anbelangt. Wir haben ja sogar ein Fahrzeug, wo wirklich zwei Stockbetten verbaut werden. Also wo man richtig mit acht Personen in dem Fahrzeug wohnen kann. Und das ist schon toll. Dass gerade dann, wenn die ganze Familie mal zusammenkommt, das ist dieses Feeling gerade für kleine Kinder, das ist toll. Aber das Thema hier auch mal zu stehen. Also viele haben ja einen festen Platz. Das ist das Wochenendhäuschen so ein bisschen an der Mosel. Bei uns ist das ja nicht weit weg. Da haben viele Dauerstellplätze. Große Konkurrenz sind Tiny-Häuser. Die klauen denen Dauerstellplätze, sind jetzt mittlerweile die Stellplätze. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Wenn ich so etwas haben möchte, Lieferzeit bei Händlern, die vorgeordert haben, die haben Slots noch teilweise? Ja, also wie gesagt, es heißt ja nicht, wenn es ab work nichts mehr gibt, dass die Händler nichts mehr haben. Also die Händler haben auf jeden Fall nur Bauplätze oder haben auch auf der Handelsplätze was stehen. Und sonst, wenn ich das wirklich nach meinen Wünschen konfigurieren will, muss ich halt einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Wichtig ist, ihr habt eine ganz spezielle Gewährleistung auf die Dichtigkeit. Dazu muss man aber zum Händler, zur Prüfung ab und zu, oder? Genau, wir haben ja sechs Jahre Dichtigkeitsgarantie. Muss man einmal im Jahr zum Überprüfen gehen, ob man wirklich überall das Fahrzeug dicht ist. Das ist wichtig, denn man kann sagen, nach einer gewissen Zeit, man kann das sogar nach Ablauf der sechs Jahre freiwillig machen. Aber du sagst, wenn es natürlich sechs Jahre lang nichts passiert ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass noch was kommt. Trotzdem ab und zu mal nachgucken, schadet nichts. Ich denke auch, ja. Also wie gesagt, wenn die ersten sechs Jahre nichts ist, dann ist man zumindest nichts vom Work. Es kann natürlich sein, wenn man mal einen Unfall oder irgendwas hat, weil es hat ja nichts mit der Qualität von uns zu tun. Es können so viele Sachen sein, was auf das Fahrzeug einwirken. Baum, Ast, ich fahre mal dagegen. Genau, richtig. Oder ich habe irgendwie einen Unfall, dass das Fahrzeug beschädigt ist. Da muss man wirklich schauen, dass wieder alles instand gesetzt wird und dicht ist. Sehr schön. Ja, tolles Fahrzeug. Ein wintertaugliches Fahrzeug. Gibt es den länger auch? Auch rund? Den gibt es auch noch länger, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, schaut nach auf der Seite von Detlefs. Wir sind heute in ISNI, 21. April 2022. Großer Rundlauf zusammen mit Sabine Keck, so viel weiß ich schon. Und quasi schon ein Eigengewächs hier von der Firma Detlefs. Du bist schon wirklich sehr lange dabei, oder? Ja, seit 22 Jahren und schon ein bisschen länger. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. 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 Tschüss.